Willkommen im Sprachinstück Treffpunkt Online zur vierten Runde der Denkmalserie zusammen mit dem Künstler Ralf Metzmacher. Und mit Alexandra von Rohr. Wir sprechen diesmal über Adolf Kolping. Adolf Kolping war Sozialreformer und katholischer Priester. Er ist in Deutschland präsent in über hunderten von Städten auf Straßennamen, in Schulen, Kindergärten und natürlich ganz bekannt sind die... Kolpingwerke, die es über 60 Mal weltweit sogar gibt. Er ist präsent, aber leider nicht bekannt. Im Sinne von, man weiß nichts über ihn. Und das würden wir sehr gerne ändern, nämlich am... ...12. Juni um 21 Uhr wieder im Studio von Treffpunkt Online. Wir freuen uns schon sehr auf euch. Seid wieder mit dabei, zoomt rein. Bis bald. Tschüss. ...